Hallo Leute! Und weiter geht's mit Super Mario, würde ich sagen. Direkt rein. Wir haben das Castle geschaffen nach 10 Millionen Versuchen und jetzt sind wir im nächsten Gebiet. Oh. Okay. So. Aha, er bekommt... Oh mein Gott! Na dann, kann er auf dem Castle, würde ich sagen. Hauptsache ich sterbe nicht. Ich habe nur 5 Leben, was geht denn ab? Cool. Was geht denn hier? Ja, klar. So komme ich da hoch. Bestimmt irgendwie mit am Lauf. Oder auch nicht. Aller gut. Ich habe Angst, ich habe Angst, ich habe Angst. Ich darf nicht mehr so oft sterben. Oh, oh. Okay. Levels Ende? Maybe? 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 Nein. Oh, jawoll. Zack, 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 zack. Ah, ja. Was geht denn? Easy. Noch einfacher bitte. Oh. Okay. Ich habe nicht gewusst, dass das nicht funktioniert. Jetzt weiß ich sie. Jetzt weiß ich sie. Oh. Ja. Genau so. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Das werde ich, glaube ich, noch packen. Oh mein Gott. Da ist so viel Platz. Oh. Okay, okay. Komm schon. Diesmal aber. Zum Glück war ich schon ein bisschen weiter. Du kannst mir nix. Aua. So. Aha. Das hätte ich auch vorher machen können. Ist klar. Nein. Nein. Oh mein Gott. Oh wie. Oh nein. Alles klar. Noch ein Versuch. Mario start. Badaboo. Zack. Zack. Und. Alter. So. Tja. Scheiße wenn man so schlecht ist. Das können wir nochmal. Ja. Ey. Der kann nicht springen. Der ist zu dumm zum springen. Oder ich bin zu dumm zum klicken. Äh. Was heißt klicken? Drücken. Hä? Drücken. Hä? Komm. Hey. Nee. Das geht doch nicht. Ja. Ja. Verarsch mich halt. Hä? Oh. So. Man kann den nicht endlich lang halten. Äh. 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 Weißt du. Es geht so nicht weiter. Alter. Werf ich den einfach weg. Scheiß drauf jetzt. Ich will einfach nur noch durch. So. Alter. 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 Alter Schwede. Ach du Scheiße. Wie kann man so schlecht sein wie ich? Ja. Game over. Deine Mutter. Alter. Boah. 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 Holy crap sag ich dir. Ok. Wieder fünf Leben. Ja. Komm. Passt. Boah. Alter, da ist es zu... Wenn ich jetzt schon frecke, wie geht es später ab? Oh, nein! Oh, fuck you. Fuck you, sag ich dir. Ey, deine Mutter stinkt. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja, wunderbar. Alla gut. Ach, du Kacke. Na, geht doch. Wenigstens der erste Teil war easy, weißt du. Aber dann, die ganze Zeit nur noch am Flecken. Das kann doch nicht geil sein. Das ist nämlich ungeil. Das wäre auch noch fast schiefgegangen, ich sag's dir. Ja, ich will da schon eigentlich hoch. Wäre ziemlich cool, theoretisch. Oh, shit. Oh, shit. Egal, diesmal wird das schon. Ich sag's dir. Ja, da habe ich wieder einen Pilz. Ey, das sind so viele Pixelbreite. Und ich bin zu dumm, um drauf zu sprechen. Gah! Ey, wieder vor einfach an, oder? Pervers, geil. Pervers, geil! Ah! Fuck you! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Nein! Oh, fuck you! Fuck you! Fuck you! Ey! Ich kann nur noch weinen. Da, gib dir. Alter, gib dir. Ja. Ja! Oh, mein Gott! Klappt das? Oh. Hm, anscheinend schon. Hm. Mäh. Easy going. Ich renne da durch, Alter. Einen anderen Tag. Ach, Gott. Bäm, würd' ich sagen. Bäm, würd' ich sagen. Bebämt. Richtig bebämt. Ihr könnt mir nix... Ich weiß, wo ihr steht. Was geht? Was geht? Was geht? Was geht? Ach, du Scheiße, war das knapp. Okay. Damit kann ich leben. Ach, so. Hm. Mir ist jetzt alles egal. Bäm. Einfach durch. Oh, mein Gott. Ich glaube, mein Kopf explodiert vor Schmerzen und Dummheit. Ah. Ey, das gibt's doch nicht. Ich war noch nicht so schlecht. Mario ist echt nix für mich, glaube ich. Oh, mein Gott. Wartet erst mal ab, wenn ich Mario Bros. Eins, zwei, drei Spiel. Boah. Das wird nix Gutes, sage ich euch. Ach, das geht nicht. Aber na gut. Ach. Ein Badelevel. Badelevel. Versteht ihr? Weil man batet. Ach, du Scheiße. Alla, tschau. Das geht nicht kaputt, ne? Alles klar. Ah. Nummer sicher gehen. Ja. Nummer sicher. Das war Nummer sicher. Möchtest du mich verarschen? Sehe ich so aus, als könntest du mich verarschen? Alter. Wow, WTF. Der hätte mich bekommen können. Hat er aber nicht. Tja, kann gar nicht. Wow. Alter. Digga. Das kann er doch nicht einfach machen. Ich habe keine Ahnung, gerade wo ich hinjumpe, aber... Alter. 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 Fuck you. Fuck you. Fuck you. Oh mein Gott. Oh shit. Oh mein Gott. Mario. Fick mein Kopf. Boah. Krasser shit. Was ein harter Tobak. Oh mein Gott. Ich beende damit doch diese Episode. Oh. Phil geht weiter in der nächsten. Bis dann. Dann.